Viele Frauen wissen das ja gar nicht. Wir Männer, wir sind ja im Prinzip, also wenn man mal guckt, früher, also als Neandertaler oder so, da sind die Frauen, die waren im Nest sozusagen oder in der Höhle und haben sich gewärmt und haben auf die kleinen Kinder aufgepasst und der Mann ist weitergezogen zu der nächsten Höhle und hat ja Bären und Mammuts erlegt oder Säbelzantige oder so und Keulen geschnitzt und ist immer weitergegangen und hat die Welt quasi erforscht und das steckt in uns, das steckt in uns und in dem Moment, wo wir das aufgeben, müssen wir das irgendwo anders rauslassen und ich habe festgestellt, das sind Videospiele, das sind Videospiele, weil du dort eben Freiheiten hast, die du im echten Leben nicht mehr hast, ja, bei World of Warcraft zum Beispiel, da kannst du einfach mal sagen, ich angel jetzt, kannst du einfach mal, wer kann das schon von sich im Leben behaupten, wer kann schon sagen, er war angeln, weil er einfach mal Lust hatte. Wenn ihr verheiratet seid und Kinder und sagt, ich gehe jetzt angeln, dann sagt euch eure Frau, ich glaube, du hast eigentlich alle Tassen im Schrank, bring mal lieber die Tränkeflaschen weg. Ja, und dann hat sich das mit dem Angeln erledigt. In World of Warcraft, da könnt ihr angeln.